Willkommen im Aquacentrum. Ich bin der Michi. Heute habe ich unseren neuen 3-Wege-Hahn mit ausziehbarer Brause für euch. Abgefahren, oder? Die Brause kann man da so rausziehen. Aber ich glaube, das zeige ich euch lieber. Auf jeden Fall. Dieser Schlag hier. Blau. Kaltwasser. Rot. Warmwasser. Da sind die Dichtungen fest drin. Das ist super. Da geht es rein. Da geht es wieder raus. Zur Vorbereitung. Schauen. Diese Schläuche. Die sind schon gleich fest drin. Das ist nicht so wie bei anderen. Da muss man die Schläuche immer kontrollieren. Ich meine, es ist immer gut, wenn man die Schläuche kontrolliert, ob sie fest drin sind. So oder so. Aber bei diesem Teil hier sind sie schon fest vormontiert. Hier gibt es die Kupplung zum Schlauch. Das hier. Da kommt das gemischte Warm-Kaltwasser raus. Und damit es in den Schlauch kommt, kommt es da so rein. Klack. Kann man auch leicht wieder auseinander nehmen. Auf welche drücken. Zum Einbauen muss das auseinander bleiben. Genau. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir bauen das ein. So. Und dann kommt hier in den Ausgang ein kleines Stück Schlauch. Das kann sogar noch kürzer sein. Und da rein. Aber ich glaube, das mache ich nachher dann. Da war es. Da rein. Kann man auch wieder abmachen. Und so. Dann gibt es noch dazu dieses Teil hier. Das ist ein Gewicht für an diesem Schlauch dran. Macht man auf. Macht man dran. Dann gibt es noch dieses Teil hier. Das ist für am Spülbecken. Das brauchen wir heute nicht. Und dann hat es noch das dabei. Drei Achtel auf ein Viertel Zoll. Und das weiß ich gerade auch noch nicht, wofür ich das brauche. Okay. 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 Hier im Schlauch, also in der Brause, da kommt in der Mitte das gefilterte Wasser raus. Und hier kommt das warm-kalt Wasser raus. Und das Teil per Latour kann man auch austauschen. Und das sieht dann so aus. Kann man ab und zu mal entkalken. Mit Zitronensauber oder sowas. Oder Essigessenz. So sieht es da drin aus. Dichtung drauf. Verleitung drauf. Und jetzt. Hier gibt es so ein Dingens. Was denn da in diese Not rein geht. Was denn da in diese Not rein geht. Hier gibt es so einen möglichen Scheiben zu und Dichtern. Jetzt bauen wir ihn mal ein oder? So hier haben wir jetzt ein schönes Beispiel von einem undichten Eckventil. Eckventil. Das vor dem Wasser Eckventil. Das tropft. Das andere ist okay. So und auf jeden Fall bereite ich das vor, dass ich nämlich ein Junkist T-Stück einbaue und das vorbereite, dass ich einen Filter anschließen kann. Bevor ich das mache. Bevor ich das mache. Das ist ein bisschen. Das kann da auch passieren. So, nochmal zum Verständnis. Blau ist kalt und Rot ist Warmwasser. Hier kommt das gefilterte Wasser wieder raus und hier geht das gefilterte Wasser rein. Und der hier, der kommt in den blauen rein, das ist das warme und kalt Wasser. Und hier geht das der Kleine mal rein. So, der geht nach vorne. 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 So, hier ist schon mal das Teil da reingefallen. So, der geht nach vorne. So, ich muss da... Und dem natürlich. Das da... Überall ist drüber. Jetzt kommt der hier. Das ist doch super. Ah, nein. Stay there. Manchmal kommt der Scheiße ran. Nicht nur manchmal, sondern immer. Kommt der Scheiße ran. So. So. We're here. We're here. So. So. So, wenn wir das schon sauber machen und trocken, ja, da geht schon eine ganze Menge raus da raus, das möchtest du nicht in der Küche haben. Und ein Handsinger, also wir haben gesehen, das ist eine Dichtung drin, ich stelle Schade auf die Kamera. Und damit sich der Schlauch nicht mitdreht, habe ich dann fest. Okay. Ah, jetzt ist das schon. Lass schon für mich. Okay. Wartobachter. Was sieht das denn so aus? Das ist schon mal gut. Der ist drauf. John Guest, das Teestück. Und da oben, gar nichts mehr. Ist das so? Ich weiß nicht, was ich meine. So, wie man sieht, das lässt sich ja nachher noch schön sehen. Sehr schön. So, das mache ich erst mal zu. So, das mache ich erst mal. 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 Das mache ich erst mal. So, 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 das mache ich erst mal so, dass ich noch mal ein paar füllen kann. So, das mache ich erst mal ein bisschen. Ich hoffe, man sieht das nicht. Es ist ... Gut, ok, jetzt haben wir es soweit, das haben wir, die Schläger hier haben wir angeschlossen, wir haben das Junkers T-Stück angeschlossen und jetzt brauchen wir noch einen Schlauch von da oben, da hinten oben, da dran, da haben wir hier seinen Schlauch hin, weil da kommt das Trinkwasser, das wäre schön, wenn ich was sehe. Jetzt bleibt mir nur noch, das Wasser aufzudrehen, zu checken, ob alles dicht ist, den muss ich natürlich zumachen. Ok, dein Haar. Mein Topf weg. Ok, das ist gut. Ok, jetzt werden wir mal testen. Ok, und anstrengen. Ok, das war das Geschichte hier. Ok, jetzt gehe ich hin und schließe den Filter an. Ok, jetzt habe ich den Filter angeschlossen und jetzt gehe ich hin. Ich kriege jetzt da mein Trinkwasser raus. Ok, das ist Trinkwasser. Das ist Trinkwasser. Und das ist Baumkaltwasser. Ok, ja. Na gut. So, actually, hätte ich diesen Wasserhahn jetzt hier eingebaut, hätte ich dieses Teil von unten drunter machen müssen. So, damit das Blech sich nicht verbiegt. So, damit das Blech sich nicht verbiegelt. So, damit das Blech sich nicht verbiegelt. Und das Blech sich nicht verbiegelt. So, So, jetzt brauche ich Kaltwasser, da ist Dreck drin, das ist schön. So, ja, nur schon, ich denke mal, das war. Oh, nein. Spannende Das ist super.